Morgen ihr Sonnenscheine. Polizei veröffentlicht Foto nach Flucht. Die Berliner Polizei hat ein Fandungsfoto des entflohenen Straftäters aus der JVA Tegel veröffentlicht. Der gesuchte System nach 1,73 Meter groß von corpulenter Gestalt und trägt eine Brille. Außerdem hat er eine auffällige Tätowierung in Form eines Drachens am linken Oberarm. Die Polizei rät davon ab, sich dem Flüchtigen zu nähern oder ihn anzusprechen. Wer ihn sieht, soll demnach den Notruf 110 wählen. Der Sicherheitsverwahrte Andreas K. war am Samstagabend während eines begleiteten Ausgangs geflüchtet. Alexa, Wetter! In Berlin beträgt die Temperatur 19 Grad Celsius bei bewölktem Himmel. Heute höchstwahrscheinlich bewölkt mit vereinzelten Schauern sowie einer Höchsttemperatur von 19 Grad und einer Tiefstemperatur von 10 Grad. Alexa, Wetter für morgen! Morgen ist es in Berlin wechselnd bewölkt mit einer voraussichtlichen Höchsttemperatur von 21 Grad Celsius und einer Tiefstemperatur von 14 Grad. Angenehm! Und, Alexa, Spruch des Tages! Hier ist der Spruch des Tages für den 4. Juli von Mark Twain, wenn du die Wahrheit sagst, musst du dich an nichts erinnern. Wie wahr! Und ich wünsche euch einen zauberhaften Tag. Passt auf euch auf und kommt gesund durch den Irrsinn. Salutia aus Berlin!